Hey Leute, heute die Kurzinfo über das nächste Supplement. Wir sind immer noch beim A. Heute geht es um das Alpha-Glyceryl-Phosphoryl-Colin. Einigen wir uns einfach auf Alpha-GPC. Was bewirkt das Ganze? Es geht um Masseaufbau, mentaler Fokus, also hier die Psyche und unsere Gesundheit. Erstmal ein bisschen wissenschaftlich, das Alpha-GPC wird aus Sojalecithin gewonnen und ist eine gute Quelle für unser Cholin. Der Hauptvorteil ergibt sich jetzt daraus, und wir müssen mal einen Schritt zurückgehen, dass unser Körper eigentlich ein Wachstumshormon produzieren möchte, und zwar das GH. Wir wissen, Wachstumshormone sind notwendig für unseren Muskelaufbau. Unser Körper kann das allerdings jetzt nicht produzieren, denn eine Gehirnchemikalie verhindert das Ganze. Unser Alpha-GPC sorgt allerdings jetzt dafür, dass genau diese Gehirnchemikalie gehemmt wird, sodass unser Wachstumshormon, GH, produziert werden kann. Ein weiterer Vorteil ist jetzt, dass die Acetylcholin-Produktion gesteigert wird. Ich habe es eben schon gesagt, es ist gut für den mentalen Fokus. Was bedeutet das Ganze jetzt? Genau diese Acetylcholin-Produktion ist eben für unseren mentalen Fokus, auch für unsere Psyche. Wir können uns einfach viel besser konzentrieren. Wir können uns auf eine Sache konzentrieren. Wir sind leistungsfähiger, wir können einfach viel mehr aufnehmen, also unsere ganzen Gehirnfunktionen, das Nervenzusammenspiel, das wird alles dadurch verbessert. Ich konnte jetzt noch eine Studie herausfinden, die besagt, dass eine einzige Einnahme von unserem Alpha-GPC die Bankdrückkraft um 15% steigern konnte. Also man hat das Ganze einmal eingenommen, drückt beispielsweise 100 Kilo auf der Bank und konnte danach 115 Kilo auf der Bank drücken. Das könnte natürlich jetzt zurückzuführen sein auf die Wachstumshormon-Produktion von unserem GH. Allerdings denke ich nicht, dass das der Fall sein wird nach einer einzigen Einnahme. Deswegen liegt es doch daran, dass der mentale Fokus, also die Konzentrationsfähigkeit einfach viel mehr gesteigert wird. Und da sehen wir auch wieder, wie wichtig die Konzentration, also das Nervenzusammenspiel zwischen Gehirn und Muskeln ist. Kommen wir wieder zur Dosierung und wann man es einnehmen sollte. Ich sage es immer wieder, es ist natürlich abhängig vom Geschlecht, von der Muskelmasse, wie viel man überhaupt wiegt. Das sind alles so Faktoren, die eben eine wichtige Rolle spielen. Aber ihr könnt anpeilen, ungefähr 250 bis 500 Milligramm, einmal 60 Minuten vor dem Training und dann nochmal unmittelbar vor dem Schlafen gehen. Das bedeutet jetzt, an Tagen, wo ihr nicht trainiert, nehmt ihr es nur einmal täglich, an Tagen, wo ihr trainiert, eben zweimal täglich. Das war es mal wieder. Alle diese Informationen zu unserem, ich sage es nochmal, Alpha-Glyceryl-Phosphoryl-Colin findet ihr, wenn ihr dem Link in der Videobeschreibung folgt. Da kommt ihr zu einer kostenlosen PDF-Datei, die ich für euch zur Verfügung gestellt habe. Dann könnt ihr einfach runterladen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche um 20 Uhr mit dem nächsten Supplement wieder. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Supplement habt, dann könnt ihr einfach in die Videobeschreibung das Ganze reinklatschen. Dann werde ich vielleicht noch ein ausführlicheres Video dazu machen. Ansonsten kommt jetzt noch die Bewertung von unserem Ernährungswissenschaftler, wie wichtig ist es tatsächlich, unser Alpha-G-PCs zu supplementieren. Danach noch das Outro. Bis nächste Woche. Ciao. Outro ARD Text im Auftrag von Funk